Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, wir leben in einer Zeit, in der der Glaube gestärkt werden muss und jeden Tag stärker sein darf. Und die Gotteserkenntnis, die ja, die muss zunehmen. So sprach ich in der gestrigen Andacht darüber, dass es wichtig ist, dass du Gott glaubst. Gottes Wort ist absolut sicher und dort bist du absolut sicher, wenn du glaubst. So steht es geschrieben in Markus 11, Vers 23 bis 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebt dich hoch und wirft dich ins Meer. Und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt. Dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Es geht darum, dass du Gott glaubst, dass er dir alles gibt, worum du ihn bittest in Jesu Namen. Gott hat es so eingerichtet, dass der Gerechte aus Glauben lebt, Römer 1, Vers 7. Egal wie gebunden er sein mag, ich weiß, dass Gottes Wort genügt und das sollst du auch wissen. Ein ganzes Wort von Gott kann eine Nation verändern. Sein Wort ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Psalm 90, Vers 2. Wenn wir in dieses ewige Wort eintreten, in diese reine, bedingungslose Liebe, dann werden wir wiedergeboren und finden zu diesem wunderbaren Heil, zu dieser Heiligung, die dir im Leib Christi zuteil wird. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Matthäus 4, Vers 4 Dies ist die Speise des Glaubens. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17 Überall versuchen die Menschen, die Bibel zu diskreditieren, die Wunder darin aufzuheben, zu sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Ja, selbst die Kirche, die meiner Meinung nach, und so wie es Gott mir immer wieder sagt, nichts mit Gott zu tun hat. Religion, die er trennt, als verbindet und mit Gott vereint. Sie versuchen, die Bibel zu beeinträchtigen. Menschen davon abzuhalten, in Einheit mit Jesus und im Leib Christi wieder aufzustehen. Es werden alle möglichen Erklärungen gesucht und gesagt, Tja, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Er war nicht und ist nicht Gottes Sohn. Ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und die Autoren, die versuchen, das Leben Jesus niederzumachen. Doch Gott sei es gedankt, gibt es in der heutigen Zeit genug Zeugnis, genügend Heilungswunder, genügend charakterliche Wunde, genügend finanzielle Wunder, genügend Ernährungswunder und so viel Zeugnis, dass Gott sich durch die Menschen offenbart, die ihm glauben. Und so sollst auch du dich gerufen fühlen, im Leib Christi vollkommen aufzustehen und Gottes Wort zu glauben. Nicht daran rütteln zu lassen, nicht mehr nach rechts und nach links zu sehen, sondern nur noch Gott, die Leuchte auf deinem Weg sein zu lassen. Nur noch im Licht zu wandeln und nicht mehr in der Dunkelheit zu suchen, wo du nichts als Verwirrung findest. Im Wort Gottes bist du sicher. Der Heilige Geist, den du rufen und deine Salbung sein lassen sollst, den Heiligen Geist, der deine Führung übernehmen möchte, der dich lehren möchte, das Wort Gottes wahrhaftig zu verstehen. So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17 Und so hält Gott mich an, jedes Wort, alle meine Taten, jeden meiner Gedanken und auch meine Gefühle an seinem Wort festzumachen. Er fordert mich auf, nur zu glauben, und der Heilige Geist vereint mit meinem Geist. Mein Leben ein einziger Gottesdienst. Doch Zeichen und Wunder werden denen folgen, die da glauben. Wenn auch du diese Zeichen und Wunder in deinem Leben empfangen möchtest, dann sprich mit mir folgendes Gebet. Gott Vater im Namen Jesus lass den Heiligen Geist tiefer mein Herz vordringen. Lass mich glauben. wirke du durch mich Zeichen und Wunder denn ich erkenne deinen Sohn als das, was er ist. Und ich glaube an seine Auferstehung und ich glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz. und so wandle ich als Nachfolger Jesu in dieser Welt und will Zeugnis deiner Liebe geben. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst im Namen Jesus und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seenmentoring, ein Gespräch bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat die Schwere die dein Herz niederdrückt denn wo Gott ist es Liebe und Frieden und den sollst auch du erfahren wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.